Musik Hallöchen und Fing Und willkommen zu einer weiteren Folge SkyQuest mit Items Nein, Items ist wichtig Bei Louis ist unwichtig Und das ist die vordrittletzte Folge bei mir von SkyQuest für die nächste Zeit Das für die nächste Zeit hätte von vorne sein müssen Jetzt haben nämlich schon 15 Leute in der Herzenzahl Jetzt denken die alle schon, ne, die Spiele sind direkt deabonniert Ja Ja Weil ich bin für zwei Wochen in Japan und wir schaffen es nicht für mich Zor zu produzieren Hört ihr auf ihr Arschloch? Ey du Arschloch! Was denn? Aua Aua Lass schon das scharf, das will nur bumsen Wartet nicht nicht, ich wollte euch was zeigen, kommt mal her, ich lass Ja Wir haben ja das Problem, dass wir nicht wirklich, äh, Eier, äh, also wir haben ja keine Feder und keine Ja, das haben wir doch schon eben abgeerntet, das hab ich schon gesehen, weil du bist ein Arsch! Ich wollte das zeigen, ich hab mir die Mühe gemacht Weißt du wie viel Arbeit das Offscreen war? Das war bestimmt eine Stunde Pflanzen kreuzen Ah, Offscreen also schon wieder, ja? Ja Hast du richtig gehört, ja? Das ist so öde! Ich hab die ganze letzte Folge schon nur die ganze 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 Folge standen Weißt du, wir, weißt du, wir kriegen so viel gutes Feedback in den Kommentaren von wegen, boah, ihr seid diesmal voll produktiv und voll weit Erli! Erli ist halt richtig am Swaggen Erli, möchtest du dein Signal um Gear machen? Wenn du's mir bastelst Ich hab keine Ahnung mehr, was ich damit überhaupt anstellen wollte Das ist egal, wir machen das rein aus Prinzip, okay? Das wolltest du die ganzen Sätzen folgen Ja, das ist so wichtig, du baust jetzt eine Magma Crucible, okay? Magma Crucible Oh komm, den ich gekriegt hab! Wuuuuh! Was ist das? Slime Bricks! Boing, 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 boing Boing, 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 boing Oh nein, ich bin hängen geblieben Und das nicht nur auf dem Block Ähm Boing Krass Oh, ich bin nicht ins ME-System gekommen für die ersten paar Sekunden Baloui Gammt! Hör auf, wisch mit Eierl abzuwerben, mag ich nicht! Weil Baloui appeared! Hör auf, wisch mit Eierl abzuwerben Er weilt Apu... Apu-Li Guck mal, er weilt Apu-Li Ein weilt Apu-Li Wir brauchen einen Obsidian, ehgit Wir brauchen, äh... Ist das jetzt sogar easy? Einen Magmatic... Äh, einen Magma Crucible Nochmal Wir brauchen einen Magma Crucible Willst du ihn bauen oder soll ich ihn bauen? Warum? Warum brauchen wir einen Magma Crucible? Für das Signal um! Erli, du wirst grad von dem Hähnchen fair gewohltätigt Erli Erli Du kannst hier nicht gegen dieses Hühnchen auf Crack verlieren Erli Nicht die Plattform, du sagst wenn du Hilfe brauchst Erli Es rennt im Kreis, du kriegst es nicht! Fick dich! Hilfe! Hilfe! 3, 2, 1... Au! Ein Hühnchen hab ich schon mal Das zweite auch Du Arsch! Na, Erli hatte grad erstmal den Endgegner Lass mir raten, Obsidian können wir auch nicht einschmelzen Doch, kannst du Doch, das kannst du Das riecht so ordentlich was Das riecht so ordentlich was Das riecht so ordentlich was Ach, sag mal! Ich dachte schon die grafische Scheiße Das ist ein Blick auf meiner Äh, ein Fleck auf meiner Brille Ein Blick auf meiner Frille Ja Was mit deiner Frille? Ne, ne, ne So, jetzt hab ich so viel mit dem Gemüse gemacht Jetzt warte ich drauf, dass die Hühner groß werden Komm, wisst ihr was gerade voll kacke ist Voll umständig umzudenken Ich hab eben noch Novus gespielt, weißt? Und hab da alles Und macht zack, 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 zack Alles fertig Und jetzt bin ich hier und wir haben einfach nichts Ja, das ist ja gradiert Und können wir nicht mal eben zack, zack, baum bauen, zack, zack Wie, wieso können wir das? Weil wir nicht offscreen arbeiten sollen Oha Stichelei Hashtag Novus Hä? Was war das? Hashtag Novus jetzt da? Ich hab Hunger! Das wäre schief! Haben wir gleich Haben wir Oh, scheiße, dafür brauchen wir ein Coke-Ofen, ne? Für was? Was? Ein Coke-Ofen Oder wie das Ding heißt Für was denn? Stahl! Stahl? Nein, was ein Warum brauchen wir denn Stahl? Den blast foriraos, mein ich Ja Warum denn? Warum denn? Was brauchst du denn für Stahl? Ja, brauchen wir für ein Ja braaho, Schweite, wenn das nicht kriegt Schön Dinge, schön, für ne Quest Bu bubbu Ich glaub ich krieg jetzt ne Obsidian-Igel draus Mist Dann haben wir hier boobs dann Obsidian brennst Äh, oder einschmilzt Und dann Obsidian-Igel draus holst Und dann Tull ich grade Reck ich grade Jetzt weiß ich wieder wofür ich das Signalium brauchte Naja, wofür? Ohne Scheiß, ne? Ich fack mich gerade voll über das Soundsystem ab, was ich mir gekauft hab Was hast du denn für das Soundsystem gekauft? Ich hab mir jetzt mal Teufelgold, das Problem ist, ich hab das große gekauft und jetzt habe ich einen Zap-Grufer unter meinem Schreibtisch stehen, der so groß ist wie mein Schreibtisch Das heißt, ich kann nicht mehr gerade vorm PC sitzen, weil der steht halt unter meinem Schreibtisch und da passt jetzt nichts mehr drunter Ich würde den Radikal entsorgen Das ist Beinfreiheit, Beinfreiheit ist der letzte Luxus, der mir geblieben ist Scheiß auf, wenn er nicht weiß wohin, damit schicken wir Ja, Baloui holt sich den Zap-Woofer und äh Der nimmt den aber auch nur, weißt du, der platziert den an seinem Gartentor Und immer wenn der... Oi, oi, wir haben drei Quests direkt fertig Womit? Wegen was? Indem ich Obsidian-Gedingens hab Noch ne Quests fertig, noch ne Quests fertig Wo? Ja toll, du hast meine Tinker-Kram gemacht Okay, wir brauchen Enderium, wir brauchen Mana-Steel und Signalium und dafür bekommen wir Terra-Steel What? Wo kriegen wir Terra-Steel auf? Du brauchst Mana-Steel? Wie willst du Mana-Steel machen? Da müssen wir Botania anfangen Ja, das Problem ist, wir haben ja noch nix machen Nix, nix von Botania Was bringt denn Terra-Steel? Ja, Terra-Steel ist ne weiterform... Und sehr teuer Ja, Terra-Steel so selten auch nicht, ist ein Elventrade, wenn ich mich nicht täusche über Botania Ähm, ja, ja, aber der vorherige Barren ist halt so... Ja, Mats, können wir noch etwas besonderes machen? Okay, wir können Wand... Ne, was können wir darauf waffeln dann überhaupt? Haben wir schon Enderium, kleiner Mann? Wir haben noch nicht mal Signalium in richtiger Ausführung Ja, aber Enderium ist ja einfach Ja, ach stimmt ja Silbertin... Ja, das würde funktionieren Und, äh, Resident Ender Resident Ender ist einfach nur... Oh nein, wir brauchen einen Magma Crucible Okay, ich guck mal andere... Ja, was? Du musstest du nicht einen Magma Crucible bauen? Ich baue den jetzt Ich baue den jetzt Wie, du baust den jetzt? Gut, dann baust du den Wer baut den jetzt? Early? Ja, Early baut den jetzt Der hat gesagt, er baut den jetzt, also baut er den jetzt Gut, ich muss noch essen Mmh, essen, nam 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 Wo ist unser Backofen? Was genommen? Ich genommen? Nein, wir haben noch keinen Aloys-Milter Nein, wir haben noch keinen Aloys-Milter Wir können den auch noch gar nicht bauen Weil wir den dann gar nicht in dem Pack haben Weil Aloys-Milter Weil Aloys-Milter Weil Aloys-Milter Nein, es ist kein Ender-Eye drauf Sonst würden wir mit den Konto jetzt arbeiten Die sind schön billig Ja, die sind echt gut Aber nein Computer sagt nein Computer sagt nein Computer sagt nein Ich hab mich schon immer gefühlt Wie ein Apache-Kampfhelikopter Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop- das da reinpacken aber warum ist ja ein bisschen ja bei louis wir haben vier stecks iron orders weiß wie lange das dauert hat in die schmelze einzuschmelzen weißt du was du für die holzuse bilden können ja dann müssen wir halt die schmelze vergrößern dann verschmelze er dann vergrößere ich halt die schmelze ich vergrößere die schmelze bei louis böse es ist meine spitzhacke warum liegt die da jetzt drin das ist das das wollte ich habe ich brauche warum machen wir da triple kompressed koppelstone rein weil wir kompressed koppelstone es hier und da der kompressed es gibt es uns so viel sie hat dass wir direkt die schmelze erweitern können brauchen wir die beiden inwerex die wir haben nein gut ich schmelze die ein hoffen wir mal dass es nicht verbuggt ist und die nur ein einziges nicht so was einschmelzen da ist doch in war ohne ende in dem ding drin ja das ist das ist in war und 100 nehmt brauchst du hier ja da brauchst du voll das ist zwar für mich die schablone aber ist okay ich erlaube dir sie zu nutzen ich habe das das eisen was du da reingetan hast wieder rausgenommen du bei louis du bist doch bestimmt so ein typ du magst karottensaft sag jetzt nicht du hast die eisen ich habe doch der eisen reingetan ich habe es wieder raus getan aber ich brauche das jetzt mal eben ich brauche zwei iron gears ach so dann schmelze dann schmelzt doch zwei iron dust ein dann sind die wenigstens weg habe ich aber nicht so viel arbeit in der kiste ist so viel arbeit sag ich doch außen brauche ich acht stück ja acht eisen sind vier iron gears ich hab sie doch eingelegt hallo ich mach dir nein ist schon drin menschens kinder drei leute an einer schmelze das nennt man köcher die die suppe versalzen was los was mit uns bei louis wird eingeschläfert oh yes endlich ein huhn komm her stirb 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 nein gib mir ne feder bitte nicht fleisch karottensaft und stehen kack noch zack wir haben magma crucible yes wir haben federn leute wohnen damit federn items weißt ja dann wohin magma crucible mit magma crucible ähm bin ich jetzt sagen aus aus gewissen dingen stellst du den bitte hier auf die kiste drauf hier auf die kiste drauf wie willst du ihn power in dem mit bananen draufstellen dass wir noch haben weiß ich schmelze diese menge an ressourcen gerade nicht verarbeiten und wir können sie nicht mal schnell abrufen wo ist denn die clock die wir da drüber hatten wir hatten keine clock drüber das war mit liquid conduits gemacht so wo ist denn das solar panel 1 das wir hatten nein 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 ich hab das andere solar drauf gestellt weil wir den sowieso nicht so oft brauchen also es passt voll und ganz hier das ding okay warum machen wir das weil louis ist ja weil louis ist ja genau jetzt mal bei louis irgendwie beschuldigend für irgendwas aber was willst du von mir warum willst du das mit einer clock machen weil man die an und aus schalten kann äh ja die liquid notes doch genauso aber nein wie aber nein es ist aber eine tatsache dass das geht ja aber ist mir egal mir egal ist mir egal so wie viel redstone brauchen wir dafür wofür für die signalium im moment so wir brauchen ein signalium gear ein signalium gear besteht aus 576 millibuckets bedeutet wir brauchen signalium 576 millibuckets brauchen wir 1000 warte ist das so ok ok dann brauchen wir 40 redstone so ähm vorsichtiges loch ähm wieso kann man die kisten leute die kiste öffnen wäre schon geil ne nein die kiste öffnen wäre doof ich muss auch an die kiste ran nein die kiste ist jetzt verschleuchten das ist jetzt ein weihnachtsgeschenk machen wir erst weihnacht wieder auf die kiste bleibt zu und so wie sie ist zwing mich Moment kotze macht das kotze kriegt das hin so wieder so er hat echt wieder ein early gebaut oder so so bitte geht wieder danke dankeschön ich muss aber gerade gar nicht ran und hier für die zukunft in zukunft wenn du mimimi ist hier ist ne dolly nein gib mir doch jetzt keine dolly ich krieg doch das ja ja geil jetzt hab ich die kiste wegräumt klappen was ist denn los mit euch so 400 ist double drapes redstone is the grudetrin er habe heute einen sehr schwammigen ark chant unsere die schmelze ist völlig durch alter ein bisschen iron ein bisschen inba ein bisschen seared ein bisschen redstone ne hühnchen ne pizza ein bisschen cornbeef Bananenbrei Bananenbrei mein name ist Bananenblei am liebsten esse ich Bananenbrei do it right do it let's do it ja can I shake it like a polar roll picture hat jemand für mich so ne vrench sind wir für ne vrench wir haben noch keine vrench he he was sollen wir damit auch kühe halt einstellen du sollst mich gar nicht einstellen he 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 ist der witz wird auch nie schlecht ne doch der war schon von vornherein schlecht ja aber ne guck mal ich hab was für dich hier das kannst du auf deinen magma cruiser bestellen viel spaß damit richtig geil ein fischer der macht fischis der macht fischis der macht fischis ja ha 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 hier ein herz für katzen hier du hast mir fischis gebracht du bist lieb ich mach ich weiß nur nicht ob das da drauf funktioniert vielleicht ähm 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 Nein, das funktioniert nicht. Aber ich habe einen Fischer, bedeutet, es ist ein Weg weiter zum Fischi. Ja, Alter, wie toll. Das ist ganz toll. So, hier machen wir damit Ding. So, wir brauchen mehr Energie. Mehr Energie. Mehr Energie. Was ist denn los mit euch? Was ist los mit uns? In meinem Vertrag steht eindeutig, ich muss mindestens einmal pro Aufnahme übersteuern, sonst werde ich gefeuert. Aha, was? Da steht da alles drin. Das ist in der Aufnahme-Vertragsvereinbarung. Okay, Leute, aber ich würde sagen, dass wir bei Minute 14, 20 sind. Tut mal nicht so, als würde eine Abmoderation 40 Sekunden dauern. Soll jetzt nicht sein, weil ich dich unterbrochen habe. Ich habe aber um 20 Uhr eine Aufnahme. So, ich würde sagen, wieso kannst du diese die darüber basteln, das ist, weil er mir nicht angezeigt, dass das geht. Was denn? Was weint der denn jetzt schon wieder rum? Wenn es euch gefallen hat, das sind dann schon wieder oben da. Was denn? Erholz. Bei der nächsten Folge SkyQuest und dann würde ich sagen, hau da renn, bis dahin. Gute Nacht. Bis morgen. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.